Cargo Dann meine ich, sehr sehr lange, anderthalb Jahre, waren sie nicht mehr da, aber genau das hat sich jetzt geändert, denn hier stehen jetzt viele hunderttausend Menschen direkt bei uns und sie warten auf eine Band, die jetzt hier wahrscheinlich etwas einläuten wird, was hoffentlich sobald nicht mehr aufhört. Ihr Album kommt im September, heißt Cargo, wir heißen Kraftklub und dieser Song heißt Ein Song reicht! Wir haben keine Kaufe auf dem Meer, sie in Erinnerung vertritt und ich hab mir eingeredet, dass es funktioniert, aber ein, zwei, eins, die mich ankommen, Tappen, Zeit und Bier, ein Inhaltsum, die bleibt für die Fans, aber sie müssen leider jetzt auch so sind immer, immer wieder bei Skinnern. Manchmal denk ich nicht nach, mal zu viel, mal zu weit, mal nach rechts, aber ein Song reicht, ein Song reicht. Manchmal denk ich nicht nach, mal zu viel, mal zu weit, mal nach rechts, aber ein Song reicht. Untertitelung des ZDF, 2020